Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video auf Machen wir, naja, richtige Laden kann man es nicht sagen, hier sind nur zwei Leute, aber egal, sollten ein bisschen den Stream anschmeißen, jetzt muss ich mal überlegen, wenn das Video kommt, da läuft der nächste, falls ich es überhaupt drauf reinkriege, wieder zeitig dann zu streamen, ganz wichtig, ja, Sachen schon zusammengepackt, jetzt geht es noch kurz eine Runde einkaufen, so ein bisschen Verpflegung holen für euch da und dann sehen wir uns zu, auf oh, denke ich mal wieder, so, ganze Schose jetzt aufgebaut, ist echt widerspenstig, das Ganze einfach mal in Ruhe, das Wichtigste, schönen Aschenbecher, sonst komme ich nicht so gut, sonst komme ich nicht klar, muss auch groß genug sein, naja, ganze Schose, da haben wir das Mischpol, Monitor, das wird heute mein zweiter Monitor, Mekro, ich komme jetzt nicht auf den Nahen, wir sind fast so weit, dass wir gleich starten können, ich werde einfach die Kamera zwischendurch mal wieder anschmeißen, ich schmeiß zwischendurch mal die Kamera, äh, ich muss den Stream fertig machen und dann zieht man, wie spät haben wir es? 33, boah, halb vier, kurze Zwischenbilanz, ich bin langsam voll im Arsch, die Augen werden verdammt schwer, mein Stream läuft jetzt, na, wo ist es jetzt da, oh, ich habe zwischendurch mal das Framestell an, auch cool, knappe viereinhalb Stunden läuft meiner jetzt, nach anfänglichem Problem zwischendurch, Start war einfach mal, was hatten wir bis jetzt, Dead by Daylight, eine Runde LOL, PUBG, ja, und dann, kommen wir auch schon jetzt bei Monster Hunter, also wir haben eine ganze Zeit, haben wir auf jeden Fall Dead by Daylight gespielt, und, ähm, ja, haben wir jetzt den Rest Monster Hunter gespielt, er muss noch ein bisschen weiter kommen, ich bin schon durch mit dem Spiel, und, äh, ja, mal gucken, was noch kommt, wie lange wir noch durchhalten, joa, Augen werden zwar schwer, ne, ja, sicher, sechs Uhr ist noch kein, gestern haben wir beendet, wir waren doch ganz schön im Arsch, bin im Stuhl eingepennt, Frühstück fertig gemacht, zum Frühstück gibt's, Einfach die Rest Pizza, die wir noch, drüber hatten, die Gönnung wird nachher noch die Schokopizza, oh ja, oh ja, das wird richtig Gönnung, planen haben, was wir machen, sehen wir mal weiter, ich muss schlafen, auf jeden Fall, alter, war ich fertig gegessen, ja, man sieht's. Bis zum nächsten Mal.